Jo Leute, was geht's? Willkommen zu einem neuen Video auf TV4Live. Heute gehen wir jetzt A-Duate. Wir machen das A-Duate ein bisschen unsicher. Also ich kann das sagen, warum redest du dazwischen jetzt? Wir machen das A-Duate heute ein bisschen unsicher. Watswats, Adam, bevor das Video losgeht, was müssen die Leute machen? Was müssen sie machen? Ihr müsst abonnieren und die Glocke aktivieren, man. Müsst ihr. Liken und kommentieren auch noch, wenn ihr Bock habt. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir nehmen euch heute mal den Abend ein bisschen mit. Wir nutzen uns auch dabei. Heute wird zerstört. Ihr werdet sehen, Adam wird mit zwei, drei stabilen Kralis am Tanzen sein und mit nach außen gehen. Wir werden einfach abgehen, ja? Let's go. Es geht los. Ich werde sie mit meinen blauen Augen verfüllen, Cousin. Meine Damen und Herren, jetzt ist der Zeitpunkt angekommen. Warte, ich muss jetzt auf die Uhr gucken, nehmann. Was ist denn los? Es ist 23.25 Uhr, wir gehen jetzt ins 808. Wir gehen jetzt los, kommt mal mit, kommt mal mit. Nicht? Soll ich mal was. Und ich sag dir so. Ist gut eigentlich, irgendwie ist gut. Aber ich check nicht, was diese Avatar-Streifen da rum ist. Guck mal. Warum ist das? Sonst wäre gut. Sonst wäre ehrlich gut. Schau. Wo, 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 wo. Komm her, alle, lass dich auf ihr halt. Kein Zimmer, yo. Danke. Knapp uns ab, Bruder. Was ist denn? Was machst du da, ja? Ich bin tot. Was machen wir los? Was soll ich machen, Bruder? Ich bin tot. Ich bin tot. Wollte eh, du echt. Okay, Dika, wir gehen jetzt hier am Kudamm, guck einmal da oben. Ein Rari am Start. Adam ist auch am Start. Wesh, wesh, Armatel. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir nehmen euch weiter mit. Easy. Oh, die bringen mir gerade, äh, Arabisch bei. Ich sag, manikak. Na? Ah, Aram, Rafa? Anikak, wallah. Abani. Abani. Ananikak. Was ist los, jo? Ich hab ja pro 3 Euro gegeben. Du bist am Rektan, man, jo. Schönen Abend, Tino. Ciao. Tschüss. Danke. Ja, kein Thema. Tschüss. Also eine Obdachlose ist gerade zu uns gekommen. Sie wollte ein bisschen Kleingeld vor uns haben. Ich habe 2, 3 Euro gegeben. Man muss auch den Menschen haben, die nicht so viel haben, man muss auch den Menschen, die nicht so viel haben, ein bisschen helfen. Ist auf jeden Fall eine gute Tat. Das zeigt ein reines Herz. Helft auf jeden Fall den Menschen, die nicht so viel haben. Das ist auf jeden Fall eine gute Tat. Aber scheiße drauf, was ist mit 808 eigentlich? Bruder, wallah, guck mal, dieses... Wallah, die ist gerade vollgebrochen. 808 ist lang, ist lang, ist lang, ist leer, dekajam. Wallah, ist lang. Aber wir müssen reinkommen, Jungs. Ich bin der Freshste hier, Bruder. Also wenn ich nicht reinkomme, weiß ich auch nicht. Sag doch mal, warte noch ganz kurz. Sag doch mal, warte noch ganz kurz. Sag doch einmal noch mal. Warum machst du so schlecht, Lucio, Jan? Lucio war ein Schuss. Wir haben einen Kollegen getroffen. Also einmal einen Opfetcheck, einmal einen Opfetcheck. Guck mal, hier diese, Moncler, diese Dior, diese Jeans, diese Appas, diese... Wow. Wir sind drin, Adam nicht. Er hat mich gefickt. Er sagt, komm mal kurz raus, ich habe keine Stempel, dies, das. Kann man nichts machen, Jahu? Wir gucken jetzt, wir gucken jetzt. Wisst ihr, was das Ding ist? Ich gehe zum Türsteher, ich sage so, ey, ein Kollege von uns, er ist nicht reinkommen, kannst du ihn bitte reinlassen, so. Ich sage, Laker hat's Rekord, Greg. Dann hast du, sag mal, guck mal, ich sage ihm gleich, er kommt rein, wir gucken, was wir machen können und so, dies, das. Adam, ich habe nicht reingeklärt. Adam, wenn du nicht für dein Leben dankbar bist, dir sagt, ich weiß auch nicht. Aber Jason, er wird geliebt in Made Raid. Er wird geliebt. Du? Ja? Kann man auch nichts machen, Dicke. Ja, ja, was? Ein Free Ticket, ein Free Ticket ist das. Okay, Jungs, Update ist, Adam ist leider nicht reingekommen, das heißt, heute bleiben euch nur noch, Vincent und ich, wir sind zu zweit jetzt, aber wir versuchen, die Szene noch ein bisschen hochzunehmen, so, wir versuchen, euch mitzunehmen, versuchen, euch einzubringen und, äh, ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir beim Späti sind, weil wir wollen uns das jetzt mischen, dieses, das, brrrr. B4L auf YouTube. Was habt ihr gehört? Wen sollen, wen sollen die folgen, wen sollen die folgen? Wunder, wen sollen die folgen, auf YouTube, für YouTube. Ist grad YouTube. Ja? Sag deinen Namen. Willst du nicht? Kommt ihr aus Berlin? Guck mal, wenn ich alleine reingehe, wenn ich alleine reingehe, die sagen so 50-50. Ich sage dir ehrlich, 50-50. 50-50, ne? Aber wenn Jason reingeht, wenn ich mit ihm reingehe, 100%, 100%, ich muss gar nicht überlegen, ich kann mit Drunkenhosen, er sagt 100%, komm rein, oder er sagt, er gibt mir eine Flasche oder so noch, guck mal, er war einmal mit Dings, wie heißt der nochmal? Anna und Tee, er war immer mit Anna und Tee drin, wer er kennt, er kennt, aber er war drin und du hast noch einen Dreh, deswegen, er kommt immer rein. Ich bin eine 10 von 10 besoffen, ah, Jason, mindestens auch, mindestens. Ich sag euch ehrlich, Rating von 1 bis 10 ist eine 7 jetzt. Eine 7. Ich höre eine 7. Wallahi, Wallahi, eine 7. Wallahi, eine 7. Wir machen jetzt noch das Beste draus. Adam ist leider nicht reingekommen, aber nächstes Mal ist er wieder dabei. Aber ihr werdet sehen, jetzt gleich wird es abgehen. Wir gehen jetzt ins 808, ich hab schon fünfmal gesagt, wir gehen ins 808, aber wir gehen jetzt wirklich, ich sag euch, vertraut, vertraut. I didn't check the price. I got it. I make my own money, so I stand it how I like. I drop it to the floor. Make that... Make the ground move. That's an ass quake. Build a house up on that ass. That's a nasty. Grow all my weed on it. That's an ass chop. Hey, 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 hey. Ja, 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 ja! Fuck you club-off! Fuck you club-off! Fuck you club-off! You're homo-fumming, my bitch is gay. It's in my arm, I dress in my hand and see when the stick is yellow. I know what you're gonna say. Hey, now! Life sounds too long ago! Bitch, dick, wise, bitch a nice shit, wise, bitch bitch a nice shit, wise. Bitch a nice shit, wise. Was machst du? Woom gehst du dein Pausch, yo? Was? Du musst pissen. Was? Du musst pissen. Du musst pissen. Was? Du musst pissen. Ist nicht so? Nein. Ist nicht so? Nein. Lava Kopp. So ein taktisches Kotzen ist oft gut. Weil ich lerne. Was? Du bist ein Scheiße. Was ist davor? In dem heutigen Tag. Wir sind... Ich kann nicht... Opa. Opa. Meine Sonnenwolle ist auf dem Boden gelandet. Unstens... Am Strat. Leute, trinkt nicht zu viel Alkohol. Ich sag euch eine Weisheit. Alkohol und so macht Spaß. Aber wenn ihr ein wirkliches Ziel verfolgt, dann verfolgt es. Lasst niemals los. Greift an und macht alles. Aber trinkt keinen Alkohol. Macht einfach alles. Macht alles. Aaaaah. Der Abend hätte nicht schlimm enden können. Mein Handy ist da reingefallen. Da. Indies Look. Man sieht es nicht. Aber es ist da drin. Ja, ich finde das gar nicht witzig, Digga. Ja, ich muss mit den Zeilen rufen. Ich bin richtig sauer. Ja. Ich finde es so semi witzig. Ach so, die Zeilen sind gut. Ich greife mein Zeilen. Was? Spaß. Warum machst du das? Was? Okay, ein Update. Wir haben das Gitter hochprogramm. Wenn ich vorher berufen muss, weil ich da nicht rauskomme, weil ich den einladen muss, dann muss ich auch ein Opfer. Ich sag dir ehrlich. Egal. Geh mal rein jetzt. Wie gut, dass du es geschafft hast. Tschüss. Hey. Hast du es? Boah, es stinkt hier drin. Gib da hin. Dann soll ich den reinkommen. Ich fand, es war ein cooler Abend. Wir waren lange nicht mehr feiern. Ihr seht diese Party Vlogs. Ich habe viele Videos gemacht, aber Juz und Marvin waren nicht dabei. Die beiden enttäuschten mich auch ein bisschen, weil Juz nur noch arbeiten und Marvin kommt nicht mehr mit. Leute, schreibt mir in die Kommentare, dass wir wieder mitkommen sollen. Adam war heute zwar dabei, aber ist nicht reingekommen. Aber nächstes Mal, werdet ihr sehen, alle sind wieder dabei. Alle. Und dann werden wir zerstören. Wenn ihr wollt, dass mehr Vlogs kommen, dann lasst ein Like da. Ich hoffe, es hat euch einfach gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Tiefel voll. Schalt rein. Wenn nicht, verpasst ihr was. Ich würde eigentlich nicht sagen, liken, abonnieren und kommentieren. Aber egal. Tschüss. Ich bin so. Schatz, Digga. Oh, ne.